Herzlich Willkommen hier zurück zu Star Wars Der Widerstand bzw. Star Wars Uprising. Das ist mal eher so ein kleinerer Part. Ich will noch auf was aufmerksam machen. Und zwar auf meinen Kartell. Ich wollte gerade sagen Allianz, aber das ist am Endeffekt genau das gleiche. Ähnlich auf jeden Fall. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne in meinen Kartell einsteigen. Würde mich natürlich freuen. Ich versuche das Ganze hier ein bisschen größer aufzuziehen. Wäre eine coole Sache, wenn man das groß machen könnten. Wenn wir hier ein richtig gutes Kartell errichten könnten. Wie gesagt, ihr seid alle herzlich willkommen. Und genau, jetzt gucken wir noch hier nach dem Kartellfokus. Das bespreche ich dann mit euch, wenn noch ein paar mehr Mitglieder drin sind. Gucken wir mal. Jetzt gehen wir erstmal zu Shortpaw. Der steht da vorne. Reden mit dem. Reden mit dem. Geht es voran mit der Karte von der älteren Blockade. Wir haben ein paar mögliche Schupflöcher im imperialen Sensionennetz gefunden. Mit etwas Glück kann sich unser Schiff doch ein... Als ihn durchquetschen, brauche ich aber noch mehr Daten. Was ist überhaupt auf diesem Schiff? Was auch immer du in den Sektor bringst, ist es ziemlich wert. Das kann ich dir versichern. Jetzt müssen wir aber erstmal mehr Scans abwarten. Ja, wie gesagt, kommt in meinen Kartell rein. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr freuen. Jetzt gehen wir hier mal auf... Wo wollen wir nochmal hin? Matau. Du hast erfolgreich zwei der vier Scanner des Überwachungsnetzes, der Hutten auf Matau reaktiviert. Damit die Handelskreuz-Liga an alle notwendigen Daten zur Suche nach Schwächen im imperialen Netz kommt, musst du aber noch zwei weitere Scanner einrichten. Ja, das ist ein kurzer Part. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich fange auch bald mit der Schule an. Beziehungsweise ich studiere bald und deshalb kommt jetzt nicht mehr jeden Tag ein Part. Aber heute sollte noch einer rauskommen. Heute ist Sonntag. Mal schauen. Wir machen das ja ganz spontan. Und wie immer natürlich, ich nehme die Kritik von euch gerne auf. Wenn ihr was zu verbessern wisst oder wenn ihr sagt, das und das könnte man verbessern, dann versuche ich das natürlich zu machen. Diese Bedeutung könnte bei deinem aktuellen Spiel wird schwierig sein. Möchtest du wirklich fortfahren? Wir probieren das einfach mal aus. Können wir dann gerade auch mal gucken, wie das ist, wenn man eigentlich stirbt. Das würde mich noch interessieren. Aber jetzt bitte nicht hängen. Was haben wir denn hier? Wie läuft das mit Shortpost deine Aufgabe? Lange ist es her, ich versuche immer noch diese Hoodgeräte online zu bringen. Komm runter, dann lernen wir gemeinsam, wie man Reptilienhaut bräunt. Ich befürchte, ich muss mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Du machst einfach weiter mit dem, was du tust. Aber mach es dir da unten nicht zu gemütlich. Ich werde den Putt einfach nach dem Kartell benennen. So ein kleiner Kartellaufruf. Vielleicht können wir dabei jetzt was richtig cooles aufbauen. Ich versuche das Ganze halt jetzt, weil ich eine relativ große Reichweite habe durch meine Videos hier. Ich versuche das ein bisschen zu verbreiten. Vielleicht ein Fäuser, wie ich es mir gedacht habe. Vielleicht aber auch nicht. Müssen wir schauen. Da bitte. Da, da, da. Die letzten Videos kamen auf jeden Fall um einiges besser an. Also ich habe meine Qualität ja hochgeschraubt von meinen Videos. Das hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt. Finde ich cool. Freut mich. Wenn es euch gefällt, dann mache ich doch was richtiges. Das ist natürlich eine Bestätigung. Und das macht man gerne auch weiter. Da, da bin ich. Da rüber. Und wir wollen hier nicht was da machen. Wir wollen doch heute an der Le 10 werden. Ich hätte eigentlich gedacht, ich bin an der Le 10. Aber in dem Fall doch nicht. Aber das sollte ich in diesem Vater schaffen. Nein, nicht das machen. Das will ich nicht. Das nehmen wir dann in dem Fall mit. In dem Fall nehmen wir das hier mit. Okay, und wir konnten nicht ganz aufladen. Das macht aber nichts. Das sollte trotzdem machbar sein. Meines Erachtens. Außer es kommt so ein richtig heftiger Entgegen. Was ist denn da? Achso, okay, der Chat. Darunter kann ich nicht schießen. Okay, ist da jetzt eine interessante Erkenntnis. Komm weg. Wie gesagt, dieser Part ist nicht so lang. Ich bin auch gar nicht so richtig konzentriert bei der Sache. Ich muss da ja zugehen. Das ist schon ordentlich knapp. Aber was mach ich denn davon? Es kommt da so ein Endboss. Oder? Ne, kommt nicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hab gedacht, da kommt ein Endboss. Ein Wetterer erledigt. Ich bin hier auf etwas echt Widerliches gestoßen. Du willst Teil der Handelssieger sein, dann solltest du mit Widerlich umgehen können. Wieso ein Wendt natürlich. Ach, nicht ganz. Level 10 machen wir aber halt noch. Na ja, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ja, das wissen wir ja alles schon. Blablabla. Blablabla. Aber wir müssen auf jeden Fall unsere Sachen jetzt aufrüsten. Das ist alles, was klar ist. Das wird sonst, äh... Der Grussmeister gefällt dir Star Wars, der Widerstand. Ja, aber ich will jetzt später nicht bewerten. Gut. Hat mir die Möglichkeit gelassen. Finde ich super. Finde ich super. Anliegen natürlich. Was ist denn das überhaupt? Ich warte mal auf. Ein Helm. Zwei. Ah ja, sowas von logisch. Werden wir mal alles ein bisschen auf. Oh, der ist ja noch so gar nicht, noch gar nicht so richtig aufgewertet. Okay, alles gut. Finde ich gut. Finde ich toll. Finde ich gut. War das aufgewertet? Grün. Grün plus... Okay, alles klar. Ne, haben wir leider nicht. Schade. Aber das wäre so ultrageil. Wahrscheinlich. Dieses... Wenn wir das ultrageil wollen, dann hätten wir das genommen. Aber haben wir leider nicht, deshalb machen wir das auch nicht. Bleibt uns ja nicht so süper hier eigentlich im Endeffekt, wenn man das so sagen möchte. Ähm, jetzt rüsten wir die Pistole noch ein bisschen auf. Da kommen wir eigentlich schon fast auf was ziemlich hochwertiges. Kommt man da so Füchs-Level? Ne, nicht ganz. Schade. Ähm, was haben wir denn noch? Was kann das eigentlich? Gut, Wächterbeutel. Ne, den wollen wir nicht. Streetpunk. Standard Schmuckler. Jetzt gucken wir mal, ähm, wie es mit der nächsten... Und dann schafft er das Warnhaus in der Waffenkamera. So, jetzt. Mein lieber Freund. Ein Scan noch, dann sollten wir alles abgedeckt haben. Dann wissen wir genau, wo wir die Blockade durchbrechen können. Lass uns das geschäft. Ich werde mit den Vorbereitungen beginnen. Rapina, wir werden dich für einen weiteren Teil des Plans brauchen. Ihr helft mir. Ja, ich helfe euch. Wir reden, wenn ich zurück bin. Alles gleich. Dann gehen wir nach Martau. Machen wir das noch. Und dann ist der Part auch schon vorbei. Du hast erfolgreich 3 der 4 Scanner auf Martau. Okay, das wissen wir eigentlich auch schon. Dann müssen wir wahrscheinlich jetzt doch mal was aufrüsten. Und nee, das werden wir schaffen. Ja, das werden wir schaffen. Ja, das ist so ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht, ob was das liegt. Aber das dreht sich ja alles flüssig von dem her. Also die Hoods, die diesen Bissensatz, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, die diesen Planeten verlassen haben, das war vor langer Zeit oder leben hier noch welche in diesem Sektor. Einige müssten noch da sein, aber sie sind nicht wirklich still. Also sie sind wirklich still, das heißt, man sollte besser nicht nachfragen, was so viel bedeutet wie, was so viel bedeutet, dass es noch welche gibt. Betet, dass sie nicht daraus werden, dass wir mit ihrem alten Zuhause gemacht haben. Was wir mit ihrem alten Zuhause gemacht haben. Was wir mit ihrem alten Zuhause gemacht haben? Wir sammeln natürlich jetzt nicht alles Gold ein, was hier rumliegt. So werden wir ja nie fertig. Komm, 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 komm. Puh, ähm, ziemlich ekelhaftes Ding. Hören wir das noch und dann hören wir auch schon wieder auf. Puh, ähm, irgendwie... Puh, auf. Puh, ähm, irgendwie... ... ... ... ... ich habe schon der ordentliche waffe ich kann mir vorstellen das haben wir schon eingesammelt dass das ganze auf dem handy schon noch etwas geiler sein sollte aber auf dem pc ist es auch ganz ordentlich muss man einfach sagen macht doch spaß finde ich auf jeden fall auch entgegen nein Geh weg, geh weg. Ach, das wird scheiße knapp. Haben wir nochmal so ein Ding. Das wäre geschickt. Scheiße, ich glaube da können wir jetzt zum ersten Mal sterben. Nein, Ruhe in Frieden. Geil. Scheiße. Okay, in dem Fall sind wir dafür noch etwas zu schwach. Das hatten wir den Tod auch einmal. Aber ich habe den Part hauptsächlich dafür gemacht, dass ich auf die Allianz bzw. auf das Kartell aufmerksam machen kann. Ein Schmettelrock-YouTube. Okay, in dem Fall geht es nicht. Eigentlich habe ich das nur wegen dem gemacht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Das haben wir nicht ganz, wenn wir das Ding geschafft haben, was wir eigentlich machen wollten. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich das Ding bin. Aber ja, egal. Dann wünsche ich euch jetzt noch was. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Wenn es euch gefallen hat, liked das Video und abonniert uns, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Bis zum nächsten Mal.